Zum Tagesgespräch begrüße ich die Bundessprecherin der Grünen-Jugend, Ricarda Lang. Guten Tag nach Frankfurt. Guten Tag. Frau Lang, zwei Wochen, knapp zwei Wochen Sondierung sind rum. Wenn Sie den grünen Unterhändlern mal eine Schulnote für deren Performance geben müssten, welche wäre das? Ich denke, dass die Arbeit bisher sehr gut gemacht wurde. Ich glaube, vor allem in der letzten Woche wurde klargemacht, dass eine Aussetzung des Familiennachzugs nicht machbar ist, dass wir klar zu den Klimazielen stehen. Ich glaube, am Anfang war da noch ein bisschen mehr Regierungsbegeisterung, als wir es von der Grünen-Jugend gewünscht hätten. Aber ich glaube, dass jetzt auch gesehen wird, dass die Gräben doch sehr tief sind. Und ich erwarte von der Sondierungsgruppe, dass es ja weiter standhaft bleibt. Sie sind zufrieden mit dem, was die grünen Unterhändler sozusagen bisher abgeliefert haben. Aber schauen wir uns doch mal an die Einigung auf die schwarze Null. Mit dem Bekenntnis, keine neuen Schulden zu machen. Das ist von Jürgen Trittin tags darauf wieder unter Finanzierungsvorbehalt gestellt worden. Täuscht der Eindruck oder kann man sich bei den grünen Unterhändlern nicht so sicher sein, dass da alle von Özdemir bis Hofreiter wirklich am selben Strang ziehen? Natürlich gibt es in der Grünen-Partei auch unterschiedliche Meinungen. Und diese sind auch in der Sondierungsgruppe widergespiegelt. Ich glaube, das ist auch ganz normal in der Partei. Und auch wir als grüne Jugend sind zum Beispiel von dem Zwischenstand zu Finanzen überhaupt nicht zufrieden. Wir glauben, dass die Verteilungsfrage wieder sehr viel stärker in den Fokus gerückt werden. Und dass Jamaika nicht zu der Koalition, der Besserverdienten werden muss. Weshalb auch wir klare Kritik üben an diesem Zwischenverhandlungsstand und ganz klar sagen, dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Muss man trotzdem sagen, beim Klimaschutz sind die Grünen bisher in diesen Sondierungsverhandlungen nicht sehr weit gekommen. Gerade zwischen Grünen und FDP hat es da ordentlich gekracht. Kubicki hat jetzt am Wochenende nochmal gedroht, dass man definitiv nicht zusammenkomme, wenn die Grünen auf dem 40-Prozent-Reduktionsziel, also bis 2020, beharren. Ist das für Sie tatsächlich eine rote Linie für Ihre Partei überhaupt nicht verhandelbar? Für uns ist ganz klar, die Einhaltung der Klimaziele ist für uns nicht verhandelbar. Wir müssen den Planeten retten, wir müssen die Klimakatastrophe stoppen und da gibt es auch kein Zurückfallen. Da warten wir auch von der FDP, dass sie einfach der Realität ins Auge blickt, statt zu leugnen, dass dieser Planet gerade kaputtgespart wird. Wir sagen aber auch ganz klar, es reicht nicht einfach nur, sich zu diesen Klimazielen zu bekennen, sondern müssen auch Nachsnahmen schaffen, um sie tatsächlich zu erreichen. Da haben die Grünen die richtigen Ideen mit der Agrarwende, mit der Verkehrswende, mit dem Ausstieg aus der dreckigen Kohlekraft. Diese müssen von der nächsten Regierung umgesetzt werden. Aber gerade was die Maßnahmen angeht, mit denen man die Klimaziele erreichen kann, die sind ja durchaus strittig. In der staatlichen Förderung der erneuerbaren Energien, so wie sie bisher gelaufen ist, ist doch einiges suboptimal gewesen. Die Strompreise sind in den letzten Jahren zum Teil erheblich gestiegen, vor allem zum Leidwesen von Familien mit kleinen und mittleren Einkommen. Spielen die für Grüne Klimaschützer wie Sie nur eine untergeordnete Rolle? Nein, auf gar keinen Fall. Für uns als Grüne Jugend und auch für die Grünen ist klar, dass man soziale und ökologische Fragen zusammendenken muss. Wir wollen nicht einfach Klimaschutz, wir wollen keine ökologische Wende, nur für die Besserverdienten überhaupt erschwinglich ist und die zu den Lasten von Geringverdienerinnen geht. Doch wir brauchen auf jeden Fall den Kohleausstieg und wir brauchen die 100 Prozent erneuerbaren Energien und wir müssen Investitionen schaffen und wir müssen Subventionen so gestalten, dass tatsächlich erneuerbare Energien für alle Menschen leistbar sind und dass alle Menschen an der Rettung für das Planeten teilhaben können. Reden wir über einen anderen Knackpunkt, nämlich die Zuwanderung. Da liegen ja Grüne und FDP enger beieinander als Grüne und Union auf der anderen Seite. CDU und CSU wollen den Familiennachzug ja weiter ausgesetzt lassen. Sie dagegen wollen ihn ausbauen. Haben Sie so viel Fantasie, sich vorzustellen, wie da überhaupt ein Kompromiss aussehen könnte? Denn ohne Einigung beim Thema Migration wird es doch keine Jamaika-Koalition geben. Es fällt mir gerade sehr schwer, mir vorzustellen, wie die Parteien hier zusammenkommen wollen. Ich glaube, wir haben in der letzten Woche noch mal gesehen, wie groß die Gräben da sind. Meiner Meinung nach wird die CSU sich entscheiden müssen, ob sie lieber Menschenrechte, sich für Menschenrechte einsetzen wird oder den Rechten hinterherläuft. Ganz klar ist die Aussetzung des Familiennachzugs auch für subsidiär Geschützte. Reißt Familien auseinander und ist eine riesige Integrationshürde. Die mögliche neue Koalition soll sich Gedanken darüber machen, wie man Integration schafft und nicht auf Angst und Abschottung setzen. Das erwarten wir auch von der CSU und wir erwarten auch von der Grünen-Sondierungsgruppe, dass sie ja standhaft bleiben. Das heißt, wenn CDU und CSU nicht zustimmen, einer wieder sozusagen eingesetzten Familiennachzug, dann wäre diese Jamaika-Koalition für Sie nicht realistisch? Natürlich werden wir am Ende das Gesamtergebnis der Sondierungen beurteilen müssen, dann zu entscheiden, ob man damit weiterarbeiten kann. Aber ganz klar ist, ein Ergebnis, das nicht auf menschenrechtsorientierte Geflüchtetenpolitik setzt, ist für uns nicht tragbar. Ab heute steht ja dann auch die Sozialpolitik auf der Agenda der Sondierer. Davor hat Anton Hofreiter gefordert, dass befristete Arbeitsverhältnisse eingeschränkt werden müssten. Das ist natürlich gerade ein großes Problem auch für Ihre Generation, für junge Menschen, die ja oft nur noch befristete Verträge, wenn überhaupt, bekommen. Was erwartet die grüne Jugend von einer Koalition unter Beteiligung der Grünen in diesem Punkt? Wir erwarten auch ganz klar, dass sachgrundlose Befristungen verboten werden. Auch für junge Menschen ist es ja nicht so, dass wir einfach nur diese prekäre Berufsverhältnisse suchen oder dass das irgendwie gewollt ist, sondern es ist ja gerade so, dass man keinen anderen Job mehr findet, weil unglaublich viele sachgrundlose Befristungen gemacht werden, damit Menschen sehr schnell austauschbar waren. Wir wollen, dass auch junge Menschen, aber auch alle Menschen, Berufsperspektiven mit Sicherheit haben, mit Planungssicherheit, mit finanzieller Sicherheit, um sich auch entscheiden zu können, wie sie weiterhin leben wollen. Dafür müssen sachgrundlose Befristungen abgeschafft werden. Sie sind ja jetzt beim Bundeskongress der Grünen Jugend wiedergewählt worden als Sprecherin. Glückwunsch dazu. Vielleicht schauen wir mal auf das, was jetzt folgen könnte. Denn nach der Sondierung, so sie denn erfolgreich ist, wird ja ein Parteitag der Grünen über einen möglichen Beginn der Koalitionsverhandlungen entscheiden. Danach soll dann die grüne Basis über einen Koalitionsvertrag abstimmen. Wird das auch die grüne Jugend vor eine Zerreißprobe stellen bei all den Kröten, die ja wahrscheinlich zu schlucken sein werden? Die grüne Jugend hat hier eigentlich eine sehr klare Position. Wir haben auf unserem Bundeskongress auch zum Beispiel eine Sondierungsgruppen mit denen Simone Peter oder Agnieszka Brugger sehr kontrovers über Jamaika diskutiert. Wir sagen aber ganz klar, ein Koalitionsvertrag, der keinen wirklichen Veränderungsanspruch und keine wirklichen Ideen im Bereich Umweltschutz, Gleichberechtigung, Sozialpolitik und Europa bringt, werden wir nicht mittragen. Das heißt, wir werden uns natürlich auch gegen so einen Koalitionsvertrag einsetzen. Ich sehe aber natürlich, dass die Frage, wenn Jamaika in eine Koalition gehen könnte, die eine Anforderung nicht erfüllt, eine Zerreißprobe für die grüne Partei werden könnte. Und ich hoffe, dass auch die Sondierungsgruppe immer mit diesem Bewusstsein im Hinterkopf agiert. Ist die Hoffnung von Ricarda Langen, der Bundessprecherin der grünen Jugend. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und Grüße nach Frankfurt. Vielen Dank Ihnen auch.